Ja, das nächste Auswahlwerkzeug ist die magnetische Schere. Ich zeige noch mal ganz kurz bei der freien Auswahl. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Fange ich hier an. Und man sieht hier, wenn ich hier etwas ausgewählt habe, dann habe ich nur gerade Stücke. Wenn ich aber bei einer komplexen Form das nicht brauchen kann, dann nehme ich die magnetische Schere her. Ich fange hier unten mal an. Und wenn ich hier mich entsprechend durchklicke, ich mache das wieder mal etwas größer, dann sieht man, das Programm sucht sich jetzt automatisch diese Übergänge und markiert diese entsprechenden Bereiche. Man kann auch entsprechend noch eine Animation einstellen. Hier, wenn man interaktive Umrandungen aktiviert, dann sieht man gleich, was passiert. Es schmiegt sich hier entsprechend an. Und falls man hier trotzdem noch was korrigieren möchte, dann kann man hier trotzdem noch einen Punkt setzen. Einfach auf die Linie klicken, die rausziehen. Nochmal auf die Linie klicken und dann kann man hier solche Feinheiten nochmal entsprechend korrigieren. Aber so, man sieht richtig, wie sich das anschmiegt. Hier, das sitzt jetzt zu weit außerhalb. Das ziehe ich dann nach innen. Und dann ist das hier wieder korrigiert. Hier auch wieder. Das war zu weit draußen. Und wenn ich wieder auf den Ausgangspunkt zurückkomme, dann klicke ich hier entsprechend wieder drauf. Einmal die Return-Taste gedrückt und schon habe ich eine entsprechende Auswahl. Ja, was könnte ich jetzt damit weitermachen? Ich kann hier zum Beispiel die Farben entsprechend verändern. Oder ich könnte hier nochmal mit dem Pinsel und ja, nehmen wir mal einen Airbrush her, könnte ich hier noch ein bisschen so Veränderungen reinmachen. Oder was auch geht mit dieser Umrandung, ich könnte hergehen und sagen Auswahl invertieren. Jetzt ist nämlich nicht der Vogel markiert, sondern der restliche Bildbereich und den könnte ich dann zum Beispiel löschen. Und so habe ich dann den Vogel freigestellt. Und so habe ich dann den Vogel freigestellt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020